Spieltag Nummer 9 der Premier League Darts war die Judgment Night. Der Abend, an dem später feststehen sollte, welche zwei Spiele aus der Premier League ausscheiden wird. Bei dem einen stand es schon fest vor dem Spieltag, Gervin Price hier im Vordergrund. Er die Nummer 10 aktuell in der Premier League Tabelle und damit Tabellenletzter. Er war klar, würde rausgehen, egal wie er gegen Simon Whitlock hier antreten würde. Whitlock und das war eines der ganz wenigen Highlights in diesem Match. Der matchcheckt 164 Punkte, holt sich damit die 5 zu 3 Führung in einer ansonsten doch ziemlich schwachen Begegnung. Gervin Price lässt die Möglichkeiten aus zum 4 zu 6 und damit waren es dann schon die Matchdarts für Whitlock auf der Doppel 16. Am Ende ist es ein 82er Average, mit dem er dieses Match gewinnt. Gervin Price stand bei nur 77 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Also vom Niveau her ziemlich mau, was Whitlock und Price da zeigen. Das wurde schon rasanter als Raymond van Barneveld und der Bullyboy Michael Smith auf die Bühne kam. Smith ist die aktuelle 2 der Premier League und Raymond van Barneveld, der Premier League Champion aus dem Jahre 2014, hatte nichts zu sehen gegen Michael Smith. Jetzt schaut man auf das Ergebnis. 0 zu 6 aus der Sicht von Raymond van Barneveld. Dem drohte hier ein Whitewash zum allerersten Mal in all den Jahren, die er Premier League spielt. Seit 2006 ist er dabei. Der Bullyboy checkte 76 Punkte, machte das 7 zu 0 tatsächlich perfekt. Es war so ein Fall von Autsch aus der Sicht von Barney. Michael Smith holte sich damit die Punkte 13 und 14 und beißt sich da ganz vorne in der Premier League Tabelle also fest. Der Doppelweltmeister Gary Anderson trat dann im dritten Match von Liverpool gegen den aktuellen Weltmeister Rob Cross an. Das Interessante an diesem Match vorher war, dass Cross Anderson noch nie bezwingen konnte. Er hatte dann aber die Matchstarts in einem engen Match. 6 zu 5 liegt er hier vorne. Das sind die ersten Möglichkeiten bei 32 Punkten Rest. Die Doppel-16 verpasst er hier noch, Anderson aber nicht im Finish-Bereich. Und damit war klar, dass Cross da noch mehrere Chancen bekommen würde. Anderson hat die Premier League schon zweimal gewonnen, 2011 und 2015. Jetzt aber war wohl klar, dass das die Niederlage sein würde für den Schotten. Rob Cross bezwingt also zum allerersten Mal in seiner Karriere im sechsten Versuch Gary Anderson. Und bleibt weiterhin einer der Kandidaten, die dann wirklich mitreden werden in Richtung Playoff-Plätze. Judgment Night, wir hatten es gesagt, zwei Spieler scheiden aus, Menzo Suljovic oder Peter Reitz. Einen von den beiden würde es neben Gerwin Price erwischen. Die Voraussetzung von Suljovic war, er müsste mindestens ein Unentschieden hinbekommen gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Michael van Gerven. Wir sind hier im zweiten Leg. Van Gerven war enorm stark begonnen mit vielen Trippeltreffern unterwegs im gesamten Match. Menzo Suljovic, der doch eigentlich so eine gute erste Premier League Saison hingelegt hat, fast ein Turnier-Average von knapp 100 Punkten pro Aufnahme spielte. Und trotzdem vom Timing her nicht ganz so gut unterwegs war, weil immer dann der Gegner irgendwie noch einen Ticken besser war. Hier spielt der sechs perfekte Darts, Menzo Suljovic im zweiten Leg der Partie. Hat 141 Punkte Rest und damit also die Chance für den Österreicher, hier womöglich das perfekte Spiel hinzubekommen. Es wäre der erste neuen Darter in dieser Premier League Saison. Aber das schaffte Suljovic nicht, verpasste gleich den siebten Dart am Trippel vorbei. Und jetzt dann doch noch die Chance zum 1 zu 1. 25 Punkte Rest. So gut sie die Trippelfelder getroffen hatten auf den Doppeln, waren so ein paar Problemchen mit dabei. Doppel 4, wichtig für Suljovic, um hier von Anfang an auch drin zu bleiben in der Partie gegen Mighty Mike M. Vigi. Machen den Sprung ins elfte Leck hinein, Van Gerwen jetzt mit 6 zu 4 in Front. Der hatte sich dann irgendwann absetzen können, nachdem es zwischenzeitlich noch 3 zu 3 stand. Und dann waren es die Matchstarts für Michael van Gerwen, der 1080er warf. Das ist eine Bestmarke für diese Spielzeit. Die Doppel 8 ist es bei 16 Punkten Rest. Doppel 4, der Matchstart sitzt. Menzo Suljovic verliert also diese Partie und ist damit raus aus der Premier League. Aber nochmal, das war insgesamt eine gute Saison von ihm. Und meiner Meinung nach hat er durchaus dann 2019 eine zweite Chance verdient. Die aktuelle Nummer 6 der Welt. Letztes Match des Abends von Liverpool war die Partie des Snakebite Peter Wrights. Der aktuelle Nummer 2 der Welt gegen Daryl Gurney, Super Chin, der am Morgen noch Papa geworden war. Acht Uhr, achtundfünfzig kam Daryl Junior auf die Welt. Und trotzdem spielte er ja abends das Match, weil auch er wusste, dass das vielleicht noch hätte entscheidend sein können. Weil es da ja darum ging, ob Suljovic oder Peter Wright ausscheiden würden. 93 Punkte Rest. Peter Wright hat die Chance, den Ausgleich zu schaffen. Und wer eben schon genau hingeschaut hat, der hat gesehen, dass Wright ein bisschen mit den Tränen kämpfte. Denn während des Matches kam die Meldung durch, dass die Darts-Legende Eric Bristow, der fünfmalige Weltmeister, an einem Herzinfarkt verstorben war. Und das machte natürlich auch die Runde unter den Fans in Liverpool, die immer wieder Eric Bristow-Gesänge anstimmten. Und jetzt gleich werden wir sehen, dass auch Peter Wright und Daryl Gurney genau deshalb sich bei den Fans bedanken. Da flossen Tränen später bei Wright, da flossen Tränen bei einigen Fans. Minutenlange Gesänge vom Eric Bristow-Wonderland, der im Alter von 60 Jahren viel zu früh verstorben ist. Ein ganz emotionaler Moment in der Echo Arena von Liverpool. Das war es also von Spieltag Nummer 9 in der Premier League Darts.